Und in der Zwischenzeit siniert Lucien über die Geschehnisse nach, über die Vergangenheit und seine Gefühle. Das ist verrückt. Valkyrie ist Valkyrie. Sie ist nicht Platina. Aber... Von den Gedanken versunken bekommt er Besuch. Lucien, was machst du an diesem Ort? Oh, nichts Besonderes. Komm schon. Irgendwas bedrückt dich doch. Ich könnte es gut verstehen, wenn es so ist. Unglaublich. Du... Man kann nichts vor dir verheimlichen. Flüstert er das oder warum sagt er das so langsam? Es stimmt. Es ist viel passiert. Ich bin vielleicht... vielleicht etwas verwirrt. Ja, was noch? Und... Die Wahrheit ist... Die Wahrheit ist... Unbekannte Fragen. Tod Die Seele Ein Held Ein Gott Und... Und... Valkyrie? Sie ist schön, nicht wahr? Trotzdem etwas kühl. Nun, lebt wohl. Was sagst du da? Du kannst nicht glauben, du und Lannis können tatsächlich zusammen sein. Ja, ja. Nun, es ist okay. Nichts, was man verbergen müsste. Die bekannten Tatsachen? Ihr wahrer Name? Die ihr überantwortete Aufgabe und ihre Existenz? Wie ein Mensch, wiedergeboren nach dem Tod? Wie ein Gott mit ewigem Leben? Wie ein Untoter, befreit vom Rat der Zeit? Valkyrie schläft in Gestalt eines Menschen. Wenn sie gebraucht wird, kehrt sie als Göttin zurück und sinkt dann wieder in den Schlaf. Gestalt eines... Eines Menschen? Das stimmt, aber... Lannis... Sie hat keine Erinnerungen, weißt du? Hä? Keine Erinnerungen? Das stimmt. Ich versuche immer, sie über ihr Menschenleben zum Reden zu bringen. Aber es scheint, meine Schwester Freya hat ihr Gedächtnis versiegelt. Ihr Gedächtnis versiegelt? Ihre menschlichen Erinnerungen? Ihre Pflicht als Valkyrie hat Priorität. Würde ihr menschliches Gedächtnis verbleiben, wäre es dafür nur ein Hindernis. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gesagt. Ich will nur vergessen, es vergessen, es vergessen. Lucien, was ist los? Nichts. Es ist nichts. Hm. Wie kann ich ihr Gedächtnis zurückgeben? Hä? Das ist unmöglich. Freya selbst hat ihr das Gedächtnis versiegelt. Die einzigen, die dieses Siegel brechen könnten, sind Freya und Lord Odin. Du redest zu viel, nicht wahr, Frey? Außerdem hat Lady Freya dich nicht zu sich beordert. Und ohne ein Wort des Abschieds geht sie. Ich finde, sie sieht da so ein bisschen aus wie... Galaxia. Im Tigerfell-Outfit. Platina ist wirklich Valkyrie? Gibt es nicht eine Möglichkeit, dir das Gedächtnis wiederzugeben? Hä, hä, hä. Gibt es etwas anderes, was du von mir willst? Obwohl es keine direkte Lösung gibt, existiert eine andere Möglichkeit. Aber wie du dir vorstellen kannst, ist es keine einfache Aufgabe, das Siegel von ihrem Gedächtnis zu entfernen. Aber ich glaube, dass du vielleicht zumindest mit Valkyrie reden kannst, wenn du es willst. Was wirst du tun? Ernsthaft? Es gibt Pluspunkte, was den Heldenwert angeht, wenn man mit dem Typen redet? Lord Odin kann Valkyrie regelmäßig kontaktieren. Weißt du, wie? Lord Odin nutzt den Wasserspiegel, um mit ihr zu kommunizieren. Also meinst du, wenn ich den Wasserspiegel benutze, kann ich mit dir reden? Genau. Und du kannst dich gleichzeitig waschen. Aber wird mir solch eine Tat vergeben? Nichts würde mir egaler sein. Aber denk mal nach. Glaubst du wirklich, jemand würde dich bestrafen, wenn du mal so einen kleinen Spiegel benutzt? Hm. Ob Lucien etwas ahnt? Obwohl, von dem würde ich selbst Versicherungen kaufen, nachdem ich ihm Zugriff auf mein Bankkonto gewährt habe. Versicherung, die ich nicht brauche. Hm. Blinky, Blinky. Blinky, merkt euch das Ding gut? Ich hatte Probleme damit. Jetzt fällt es mir gerade wie Schuppen von den Augen. Und ich finde diesen Hintergrund, den Wasserspiegel, wenn das denn die richtige Übersetzung sein sollte, finde ich großartig. Äh, was ist das? Ich meine, ist er das? Was muss ich tun? Die Nummer wählen, eine Münze einwerfen? Schließe deine Augen und konzentriere dich. Denk an sie. Mehr musst du nicht tun. Also die Antenne ausfahren. Valkyrie, hörst du mich? Es ist mir, Lucien. Valkyrie, hörst du mich? Valkyrie. Was ist hier? Valkyrie. 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 Twis Always. Valkyrie. Ich weiß, dass du herausfinden kannst, wo der andere Ehring ist. Wie kann ich das? Du darfst mich aufzuhören, um zu treasured zu gehen? Du bist ein Verrug. Jetzt, dass du das gemacht hast, hast du eine Idee von den Rückwirkungen gesehen? Das war... Das war... Unvergibbar! Das ist niederschmetternd. Warum? Warum musste es dazu kommen? Hast du deine Abschiede beendet? Lass mich alleine! Das kann ich nicht tun. Und so zeigt er seine wahre Gestalt. Hä? Diese Gestalt! Loki? Du solltest nichts bereuen! Und ich? Nun, ich bin zufrieden, da die Drachenkugel nun mein ist! Aber die Schuld des Diebstahls wird auf deine Schultern fallen, Lucien! Äh... Was? Und das Beste daran ist, wenn ich dich dafür töte, werde ich dafür zum Helden ernannt! Vergiss es! Sie lassen sich zu, dass es so geschieht! Ich bin noch nicht bereit, jetzt zu sterben! Und so tritt die Schlacht gegen Lucien gegen Loki an! Deren Ausgang ungewiss ist! Während Kapitel 7 anbricht! Vielleicht noch ein paar kurze Worte dazu! Äh... Die Kugel, die Loki am Ende in der Hand hielt! Ich hab mich gefragt, wo kommt die auf einmal her? Ja! Wir haben sie ganz kurz vorher in der Sequenz gesehen! Keine Ahnung, ob ich einfach zu blöd bin, sowas beim ersten Mal zu raffen! Aber nur gut! Und diese Sequenz, die wir gerade gesehen haben, ist die, die man bekommt, wenn alles auf Ending A steht! Wir können es immer noch vermasseln, aber wir haben in allen Kapiteln vorher all das getan, was wir machen müssen, damit wir es zu diesem Zeitpunkt überhaupt erreichen können! Sieht man diese Sequenz nicht zu Beginn von Kapitel 7? Dann ist im Arsch! Dann entweder alten Spielstand laden, nochmal neu machen und andere Dinge, oder die Dinge besser machen, oder nochmal von vorne anfangen! Yeah! Hoppala! Eigentlich wollte ich jetzt noch keine spirituelle Konzentration durchführen, aber... Du hast es nicht regelmäßig. Du hast eine Fake-Kluss generieren, aber eine Berüh С empez搭schläge. Du hast dir nicht gut gemacht, was du ich da für dich hin? Hast du nicht? Ich freu. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Scheiho! Was? Ich was ... Was ich machen kann das machen? Tja, das passiert, wenn man auf den Knopf kommt, weil man ins Menü will. Und denn? Wir kehren natürlich zurück nach Highland, dort wo alles stirbt, was irgendwie ein NPC-Namen und Sprite hat scheinbar. Eigentlich wollte ich jetzt was anderes erledigen, aber das machen wir dann eben später. Aber ich werde jetzt erstmal einen Sprit... Oder ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir überhaupt noch haben, weil das andere ist weitaus kürzer. Weitaus nicht, aber es ist kürzer. Deswegen sag ich mal bis gleich... Gut, machen wir mehr noch mehr Untertitelarbeit und kehren ein nach Highland, unserem ersten Charakter für Chapter 7 in Let's Play Valkyrie Profile. Was ist los? Alles in Ordnung, Suhr? Ja, nichts Wichtiges. Ich meine mit dir, Suhr. Sieh, ich weiß, du warst nicht allzu erpicht darauf, diese Mission anzunehmen, aber... Denk einfach nicht zu sehr darüber nach. Ganz einfach. Wir sind hier, um ein Dorf vermutlich voller Krieger zu untersuchen, die sich als Nicht-Kämpfer tarnen. Aber... Unsere Informationen sind nicht falsch. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an Suhr. Wie verläuft es an den anderen Stellen? Sir, die Besetzung der Stadt ist nahezu abgeschlossen, Sir. Ich verstehe. Und es verblieb noch ein zitternder Mann, der kaum sein Schwert in den Händen halten konnte. Bleib! Bleib zurück! Ihr alle, beeilt euch! Macht, dass ihr hier herauskommt! Hm? Der zitternd seine Geliebten zu beschützen versuchte. Nein! Ich lasse es nicht zu! Ich lasse es nicht zu, dass ihr sie bekommt! Hm. Ein zweifelnder Samurai stand gegen ihn. Was ist das? Was bin ich geworden? Wie konnte das geschehen? Und er starb. Warum hast du nicht kämpft? Warum hast du nicht kämpft? Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Wir sagen, es ist richtig, denn unsere Objektivität ist einfach. Aber wie viele Menschen nicht zu schützen wurden? Du warst zu weich. Ich frage mich, ob ihr ihm nachtrauert. Gehen in Richtung der nächsten Folge von Let's Play Valkyrie Profile. Ich bedanke mich fürs Zusehen und vor allem fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.